Ja, da sind wir auch wieder. Nee, irgendwie ging das doch so... Ja, mit dem haben wir schon Intergen. Gehen wir mal hier rein. Oh, Mann. Und? Lass das jetzt raus. Warte auf mich. Hey, die Blumentöpfe, die Blumentöpfe! Stimmt, hier ist noch einer. Hopp. Ja, wieviel war das? Sieben von neun. Hier ist der achte. Ich kann was mit dem Schwert machen. Ich weiß, was ich damit machen kann. Warte, ich muss nämlich auch eins nehmen und dann... Manni! So, ein Blumentopf fehlt noch. Komm schon. Die Dürfen wird sie verkacken. Hey, Lichter, Lichter können wir auch. Echt? Hier warten wir, ja. Hier warten wir. Einer fehlt mir. Wir müssen dann alles rauskommen, gell? Ja. Okay, such mal nochmal zurück, ob wir noch irgendwo einen finden. Vor allem vielleicht so Lichter, so Lichter. Schau so Lichter wie da oben. Siehst du das? Wie das da oben? Ja, suchen wir jetzt mal alles mögliche. Hier, ich hab eins gefunden. Echt, wo? Hier oben. Hier oben. Wie aktiviert man die? Achso, Moment, ich weiß wie. Ja. Klicke mal auf den Tisch. Wie ist der Schwert? Ja, ich hab's. Wie viele? Drei von sieben. Versuchen wir mal das ganze Level. Da ist noch Licht. Ey, warte mal. Er kratzt sich da oben irgendwie. Nein, das war vorher. Hast du nicht auf, äh, hast du nicht gehört? Nee, hab ich nicht. Der, durch den sind wir vorher an andere Sachen gekommen. Der, den haben wir den Hintern verbrannt haben. So gemeinsam. Okay, wo ist noch so ein Blumen-Ding? Das ist schon aktiviert. Ich mach's nur. So. Nirgends kann man dann diese Symbole verstehen. Aha. Okay, da haben wir das Licht. Da ist noch ein Licht. Da ist noch ein Licht. Hier ist kein Licht. Ja, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht kommt da auch noch so ein Blumentopf. Warte mal, was ist das da? Ah, da ist noch was. Ich hab das nächste Wappen gefunden. Gut. Das ist gut in der Wappen. Aber der, das da drüben haben wir schon, gell? Hä? Da war ein Blumentopf. Ist der natürlich? Hey, hier können wir nicht rein. Ach so, ich weiß auch warum. Das ist eine Mädchentoilette. Ja, super. Guck mal da oben, guck. Hat es uns gezeigt. Und toll, wir werden jetzt. Mensch, du, wen bist du vor allem? Den konnten wir doch vorher. Ja, der hat so ein, der hat ein Kleidersortiment. Vielleicht kann er schon kleiden. Na cool, ich kann dich hochheben. Na jetzt, lass mal gerade. Ich glaub, dem müssen wir irgendwas geben. Haben wir noch was? Ein Kleidersortiment? Was können wir denn hier alles nehmen? Ja, nee, der hat sowas. Aber, wahrscheinlich hat der... Was ist das da? Das ist ein Stuhl. Aber das liegt. Ja, da liegt eben... Ah, warte. Komm mal her und aktivier das, wo ich bin. Das ist ein... Das kannst du auch schweben lassen. Warte, ich hab noch mal... Da. Da. Ja, genau. Ja, okay, okay. Okay, okay, gut. Okay, ich muss da hoch. Warte, jetzt ist es unten, ich mach's hoch. Du musst schon draufbleiben. Ja, ich... Ich war ja drauf, ich bin ja nicht runtergegangen. Mal, aufschneiden. Ja, gut. Und jetzt schon mal das Geld. Okay. Okay. Wo könnten wir uns zum Bogen putzen? Man kann hier alles mögliche anziehen. Hey, der Typ beim Bild macht irgendwas. Guck, ja. Hey, er hat mich ja damit nicht im Vorwagen gehört. Ja, okay, gut. Geh da rein. Hey, wie hast du das gemacht? Hm? Und du musst mit dem Zauber offizieren. Und welchen mit dem? Warte, er macht's doch grad von dir. Okay. Na, egal. Ob sich einer von uns kann da jetzt rein. Ach, da müssen wir jetzt auch noch schnell sein, hm? Wer denn das in dem... Ich muss nicht rein. So, jetzt... Wir hatten da jetzt gemerkt. Schieß. Wer denn jetzt kommt da? Holt seine Klamotten. Und jetzt schnell! Jetzt lauf die Klamotten! Hä? Was denn? Kommst du jetzt mit? Ja. Ach so, wir wollten uns wieder mit. Huh? Ja, ja. Himm. Oh! Mmm! Oh! Ah, das ist wohl der erste Boss. Ja, ganz ansehendlich. Hey, hier sind noch mal Lichter. Okay, gut. Vielleicht ist hier auch irgendwo noch eine Blume. Hey, du! Hey, man kann die Toiletten öffnen, da ist bestimmt was drin. Vorsicht! Wir müssen die Lichter aktivieren. Da ist noch ein Licht. Sechs von sieben, eins noch. Da, ich sehe, das letzte ist noch nicht alles. Was kriegen wir jetzt? Ein Gold. Ach so, das letzte. Ach so, das Wappenstück. Wir brauchen noch eine Blume, dann kriegen wir wahrscheinlich das letzte Wappen. Okay, wir brauchen das hier. Okay, bau das mal zusammen. Ach so, der wirft uns was zu. Guck her, das müssen wir mit wem Garten. Was ist das denn? Das ist ein Entchen. Guck, da wirft uns gleich was zu. Genau, guck. Ja, okay, mach das mal. Ja. Hey, ich konnte die aufmachen. Ist da was drin? Ach, cool. Alter, ich will den. Was hast du mich platt? Hey, das ist ein Pumpel. Ich gehe mal da zur Toilette. Nein, jetzt wirft was. Jetzt wirft er gleich was. Jetzt muss man da. Jetzt, komm schon. Das müssen wir nehmen und ihn zurückwerfen. Guck, das nimmt er jetzt. Da reicht. Wir dürfen nichts mehr rangehen. Jetzt nichts mehr rangehen. Sondern, ich hab's. Okay, weiter, weiter, weiter. Ach so, jetzt, ich weiß, wie wir in den Final-Man vorpassen. Das ist ein Pumpel. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Dieses Spiel ist so voll senken. Ja, vor allem die Lachen von der Jorath eben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und wir sind wir wahrer Zauberer zu 57%. Okay, folgt Bäuschen. Ah, warte, warte, die Steine insgesamt. Die müssen noch mal ansehen. Boah, die sind so reich. Okay, folgt Bäuschen.